Yo Leute, was geht? Neues Video hier bei Levin Teamsports. Heute haben wir zwei Jungs zu Gast. Einmal Kai Havertz und einmal Julian Brandt. Die beiden Jungs sind der Mercurial- und Phantom-Spieler. Ying und Yang. Und was heißt das? Ying und Yang, das bedeutet, ihr solltet auf dem Feld, sowie auch neben dem Feld, das perfekte Zusammenspiel beherrschen. Und das werden wir heute einmal testen mit einer kleinen Challenge. Wir stellen euch ein paar Fragen. Wenn ihr die übereinstimmend beantwortet, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr das nicht tut, bekommt ihr keinen Punkt. Und Matze? Wir müssen das Ganze ein bisschen interessanter machen. Das heißt, wir machen eine Challenge draus. Wir sagen, ihr schafft es nicht, mehr als 50 Prozent der Antworten übereinstimmend zu beantworten. Was meint ihr? Ich glaube, wir können euch jetzt schon gut genug. Das sollte man ganz einfach schaffen. Ganz easy. Die Jungs sind selbstsicher. Und ich würde sagen, Matze, wir machen das ein bisschen knackig, das Ganze. Wenn ihr es schafft, mehr als 50 Prozent der Fragen richtig zu beantworten, laufen wir beide in und zu Hause über den Platz. Eine steilende Runde. Und wenn ihr quasi verliert, dann müsst ihr uns und zwei Community-Member zu einem Spiel von Bayer 04 Leverkusen einladen. Deal? Deal. Okay. Let's go. Auf geht's. Auf geht's. Ein safer Lachs ist das. Scheiße, ich bin echt angespannt, ey. Ich auch, Digga. Seid ihr ready? Ja. Wer von euch braucht denn morgens länger im Bad? Oh, erste Übereinstimmung. Erster Punkt. Sehr gut. Geil. Wer verbringt mehr Zeit auf Instagram? Scheiße. Okay, eins zu eins. Wer von euch ist denn der krassere Fortnite-Spieler? Oh, Junge! Ich hab überlegt, dich zu machen, weil ich wusste, dass du dich machst. Aber ist einfach nicht so. Alter, die ist ja richtig schnell, ey. Witzel, oder? Witzel, mach keinen Scheiß. Oh, Junge! Oh! Oh! Headshot. Oh! 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 Sorry, Digga! Oh! Was? Hadeshot! Dafür gibts keine extra Punkte! Wieso haben wir nicht getauscht, ich leb gefährlich hier! Ich mach keine ... Hadeshot! Ich dachte, die tun nicht weh, die Scheiß. Vor allem einen letzten Durchgang machen wir noch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh ja, der ist da drin. Krass. Warte. Alles klar, weiter gehts Jungs. Wer von euch fährt die krassere Karre? Was? Das ist auch eine scheiß Trager. Wir fahren beide das selbe Auto. Er ist mit seinem zweiten Auto gekommen. Ja, gut. Wer von euch ist der bessere Einparker? Und wer von euch ist der torgefährlichere Spieler? Sehr gut. Sehr gut. Dritte Übereinstimmung. Wer von euch hat denn den besseren Volley? Ja. 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 Das hat er ausdekodiert. Jetzt will ich nicht hechten sehen. Klar. Audio jump. Noll! Ah! Hier ist zwei dabei. Katze! Das ist ein Schuss! Was ist das für ein Keeper? Sorry. Ja. Ja. Und nächste Frage, die mich sehr interessiert. Wer dappt besser? Oho! Also das kann keiner, aber... Nein! Oh Junge, ich verstehe es nicht. Wer verteilt im Training mehr Beine? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie ein Beini im Training verteilt. Ja, ich auch nicht, Digga. Ich auch nicht. Jetzt die Frage, worauf es ankommt. Wer kassiert mehr Beinis? Sehr gut. Wer hat denn von euch die bessere Technik? Audio jump. Hast du schon was gezeigt, Havi? Ja. So, bist du ready? Ja. Zeig mal, was du kannst. Ah, okay. Der war geil. Erstmal zum Anfang. Ja, der war geil. Kann ich nicht mal. Die Hüfte öffnen. Also von mir bekommst du sechs. Haha, geil. Geile Zeichnung. Für die Zeichnung kriegst du von mir zehn. Okay. Stark, Junge. Kombination noch rausgehauen. Quasi. Das wollen wir in der A. Oh, okay. Hast du geil gemacht. Ding und Yang und so, ne? Ding und Yang. Okay. Ah, nein. Okay. Okay. Dann bekommst du ein Acht und Herzchen. Von mir eine Sieben. Weil du was gewagt hast. Hättest du den geschafft, hättest du eine Neun bekommen. Ehre Mann. Kein Ding, Bruder. Ich kann dir keine hohe Punktzahl geben. Tschüss. Ich geb dir eine vier. Ja, du übertreibst wieder vollkommen jetzt. Von mir kriegst du eine Sechs. Okay. Komm. Nein. Ich weiß nichts mehr. Oh. Und Winkel. Oh, ja. Okay. Also, ich muss sagen, das perfekte Zusammenspiel hat mir sehr gut gefallen. Julian, hier, bitte. Also, ich geb sogar zwei Funke. Also, ich vergebe zweimal. Einmal für den Jule eine Neun. Einmal für den Kai mit einer Acht. Hey, danke. Stark. Letzter Trick. Hau doch einen raus. Geil. Oh, ja. Hättest du den gemacht. Also, hättest du den gemacht, hätte ich dir eine Zehn gegeben. So geb ich dir eine Acht. Hey, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hättest du den wirklich sehr gut gemacht. Oder? Ist okay. Hättest du den gemacht, hättest du eine Zehn bekommen. Ja, Leute, das war's. Erster Teil. Es bleibt spannend. Mal gucken, wer am Ende gewinnt. Nächste Woche gibt's den zweiten Teil. Nächste Woche, Matze. Ja. Nächste Woche ist viel zu lang, Leute. Nächste Woche ist viel zu lang. Deshalb, ich würde sagen, bei 500 Likes. Bei 500 Likes kommt das Video sofort. Also, gebt Gas. Geht runter. Sprengt den Like-Button. Like, 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 like. Also, wir sehen uns. Haut rein, wir sind raus. Peace. Audio Jungle. Nein, du hast schönere Bilder. Nein, du hast schönere Bilder. Nein, du hast schönere Bilder. Schöre. Auch, Juli, du weißt. Versteh ich nicht. Das ist jetzt so eine Auseinandersetzung zwischen Ego und Wahrheit. Die ist schwierig, ja. Da muss man mit sich kämpfen. Ich mache jetzt einen fürs Team, Juli. Ich bin der Beste der Welt. Der Pass stark gemacht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht.